Over Moin Leute, hier ist der Dan, Mitarbeiter Gensch. Zweite Folge von Mission Impossible und The Drixel, oder wie auch immer ich seinen Namen aussprechen mag, hat uns vorgeschlagen, die PP2000 als Support zu benutzen. Oh. Entschuldigung. Dazu den Suppressor, das Infrarot-Visier, die S-Tag mit Tag-like irgendwas-Pistole oder die MP443... Oh fuck. Und da ist schon der erste Autosniper. Ja, ok, das heißt, da laute ich nicht lang. Und Claymos wünschen wir auch. Er hat uns viel Spaß gewünscht mit dem mehr oder weniger ironischen Smiley und... Ja, der hat schon gewusst, der hat schon gewusst, warum. Man muss fair sagen, ja, das ist das erste Mal, dass wir das hier grad probieren. Und auch das zweite Mal. Das Problem ist, sobald jemand Medic spielt, hat man da... Es wird schwer, sag ich's mal. Ja. Aber ich setze zu wenig meine Claymos ein. Das ist einfach etwas, das ich nutzen sollte. Und... Munition. Aber die Leute sterben immer... Die Leute sterben, die schießen in der Regel ein Magazin leer und sterben dann. brauchen die nie Munition. Oh, scheiße, das war... Oh, wo kam der denn her? Clevercrime, der Fotzkopf, Alter. Entschuldigung. Entschuldigung. Stub! Wow, 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 wow. Wieso hab ich den gekriegt? Wie konnte ich da daneben schießen? Alter, mir hat grad... Shotgun. Hier, ich glaub, es sind ein paar Pro-Gamer mit drauf aufm Zauber. Voll. Meinst du was, oder? Ne, Pro-Shotgun. Achso. Die sind echt gut damit. Ja, das hat mich grad mein Leben gekostet, dass Battlefield so gut programmiert wurde, dass ich nicht über ein scheiß Gelände spiel. Mich killt grad nur Clevercrime. Und zwei andere. Ah, jetzt hab ich ihn. Oh, Alter, der hat mich nicht einmal betroffen mit seiner Shotgun, der Mongo, ey. Ich bin grad sehr beleidigend. Ja, ja. Bin minimal frustriert, wenn wir das jetzt schon ein paar Mal probiert haben. Und ich hab gedacht, das wird easy going. Easy going, ja, ja. Ich verliere immer am Ende der Runde verliere ich brutale Punkte. Eigentlich alle. Und bei mir geht grad die Lust flöten, weil ich nur von irgendwelchen Spacken erschossen werde, die auf den scheiß Kran rufen. Und nicht von Shotgun, Leuten. Voll geil. Ich hab mich auch so gut motiviert anmerke ich gerade. Ja, tierisch. Moin, Leute. Hey. Alter, das sah grad aus. Ich hab grad einer Schosse, der lief dann voll gegen Wand. Ah, da kommt Clevercrime. Was? Minigstens Assist Point. Ah, jetzt verliere ich. Jetzt verliere ich. Jetzt verliere ich. Jetzt kriege ich wieder gar nichts hin. Hier heißt immer, chase anfangen und dann gut nachklasse. Mich Gott gefällt mir. Der mit seinem Shotgun, Mann. Der Typ hat es. Ah, der Ultra lag grad. Hast du das auch gehabt? Ne. Keine Ahnung. Ich hab in dem Moment aber auch gestorben. So. Hier sitzen einfach... Hier saß einfach einer aus dem Gegner-Team, der bei einem... aus meinem Team. Sind wir eigentlich nicht Gegner? Ja. Ey, wie ich den gekriegt hab, Mann! Sag mal, was schießt denn die Waffe für Kugeln, ey? Softair-Kugeln, oder? Bisschen, ja. Hier, du brauchst Ammo. Dieser Typ. Oh, ja. Ach, scheiße. Ich hab ihn so beleidigt. Wie ich den gekriegt hab? Messerchen halt. Nein! Eine Millisekunde davor, Mann. Aber diesmal sind die Teams bisschen ausgeglichen, ne? Hartz-Steuer-Barb, links... Ne, links ist das Backbord. Ah, Clever-Gram will jetzt auch auf den Kran rum. Der kommt hinten rum. Wo ist er? Ich bin noch gar nicht mit deinem Team. Ach so. Mit dem rede ich dann die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Fotze! Alter, aber der Zoom braucht ja mal ewig, Mann. Ja. Das ist, als würde er sich das vor's Auge schieben. Ne, als würde er das draufschrauben. Ja, oder so. Als würde er erst bei Amazon bestellen. Ein Unboxing machen, ja? Ein Refuge. Und dann, äh... Dann kommt er runter, Alter. Nee, du tutest mit. Ich will da hinten rein. Ey, der hat mich was gekriegt. Jolo Danny Boy gekillt. Ach, der nur als Charme, oder was? Nee, eigentlich dachte ich, das ist ein Sniper. Aber der ist einfach... Nein! Erschießt mich doch nicht immer kurz vorm Gegner, bitte. Ihr könnt mich ja dann auch erschießen. Ich setze meine Clamer-Schule gar nicht mehr ein. Und meine Nails... Ach, nicht von hinten, bitte! Ey, das ist... Guck, jetzt geht's wieder ans Ende der Runde. Jetzt werde ich wieder permanent beim Spawn erschossen. Spawn ich wieder vor denen. Ja, jetzt kommt er mit der Shotgun. Suppress mich dermaßen, dass ich angeblich keinen einzigen Schuss mehr treffe. Ich spawn wieder vor den Gegner. Uh, der war gut. Und mit einer Shotgun in der Ecke sterben. Oh, jetzt krieg ich's ja, jetzt krieg ich's ja, Alter. Oder auch nicht. Jetzt hab ich so gut Punkt mir gemacht, und dort wird das dann irgendwie viel. Oh, können wir's machen? Bitte! Bitte! Ich will das jetzt... Bitte haben! Ich hab mir grad überlegt nämlich das Kit auf dem Revifen. Komm! Nimm mir das jetzt nicht weg! Sonst... Dreh durch! Gemessert! Komm! Jawoll! Yes, Alter! 20 Mal probiert! 20 Mal ist übertrieben. Ja, 20 Mal ist übertrieben. Ja, 20 Mal ist übertrieben. Und mit nem richtig geilen Messer Endszene, ja. Also, PP2000 abgehakt. Nächste Waffe ist geil. Äh, das wird noch behinderter. Mit 6-fach Zoom. Also denn, Mr. Let's Player Outro. Outro? Ähm, ich hab grad extra die Klappe gehalten, weil ich schon deprimiert war. Weil's so gut lief von mir. 16 zu 11. 2.000 Punkte. Aber der Kenchatz gerissen im Endeffekt. Passt das mit 33 zu 17. 4329 Punkte und ein 300er Ping. Sonst hätte er's ja auch nicht geschafft. Und... Schnauze! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und schreibt auf jeden Fall ein paar Kommentare, dass wir wissen, was wir als nächstes Mal besonders... Äh, ach so. Ne? Bist schon Bescheid. Ja, ciao.